Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Part. Ihr seid heute wieder am Singleplayer unterwegs. Ich habe mir jetzt vorgenommen, noch die ganzen neuen Charaktere wahrscheinlich auf jeden Fall noch zu spielen und die, die wieder dazugekommen sind, die dies schon in Smash vorgab. Weiß ich noch nicht, ob ich dazu noch was mache, aber erstmal kümmern wir uns um die neuen Charaktere. Heute möchte ich Simon spielen. Ich habe Simon schon mal gespielt und habe echt hart verkackt. Ich habe gehört, der soll echt gut sein, wenn man ihn kann. Mal schauen. Schauen wir mal. Okay, gegen Ludwig. Das heißt, Spam-Charakter gegen Spam-Charakter. Man denkt es bei Simon gar nicht, aber der ist halt einfach wirklich so darauf ausgelegt, dass man Projektile spammt. Der greift gar nicht mit seiner Dings. Das ist komplett crazy. Okay, perfekt. Das ist das Zweibuster. Das Gute ist, dass die Computer, wie es mir bisher ja vorkommt, mit Projektilen tatsächlich so ein paar Probleme haben. Das heißt, das versuchen wir uns hier als Vorteil zu nutzen. Komm, das Hühnchen wird sich immer gegönnt. Ich muss jemanden damit abschmeißen. Okay. Ja, der safet sich da. Nein, 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 nein. Oh, nein. Und da ist ein Helfer-Trophäe. Ja, der hat der safe. Oh, fuck. Oh, ich hasse die Hühner. Ja, okay, ich bin tot. Mann. Ich glaube tatsächlich, wenn ich nicht mit Item spielen würde, hätte ich gegen ihn eine sehr, sehr realistische Chance. Aber so ist es gerade ein bisschen. Alter, ich bin tot. Wow, als ob der Moment, wenn Items dich komplett zerstören, ohne Witz. Absolut crazy. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall ganz nice hier, das Schild. Ja. Okay, okay, okay. Was ist das? Oh, eine Fee. Die kann er gerne auf mich schmeißen. Okay, er macht gerade sehr gute Ariels tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das Ding gerade gegen den Smash-Ball gelaufen ist. Nein, ich hätte gerne den Smash-Ball gehabt. Der ist so mein erster Lichtblick. Haben wir ihn erwischt? Ja. Okay, immerhin. Immerhin! Der ist unser Comeback, Leute. Also sollte ihn auf jeden Fall killen, ja. Okay, da ist noch eine Helfer-Trophäe. Die wird sich gegönnt. Ja, die Geister von Pac-Man. Kann man machen. Okay. Ja, nice. Oh, ja. Schön, schön, schönes Ding. Oh. Nice. Okay, Pokwaibe wird sich noch gegönnt. Ah, gerade war. Ja, nice. Okay. Okay. Kleines Comeback gestartet. Okay. Okay, 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 okay. Nein, Bienen, verpisst euch. Oh, lol. Alter, ich dachte gerade, ich hätte mich selbst getötet. Oh, Gott. Okay, okay, okay. Das wird sehr close. Nein. Okay, ich lebe noch. Er lebt aber auch noch. Oh. Helfer-Trophäe. Oh, Shadow. Control. Oh, Moment. Der ist auch langsam, ne? Nein, okay, okay. Nein, 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 nein. Shadow, Shadow, Shadow. Okay, aber er lebt noch. Fuck. Okay. No. Nein, 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 das geht, oder? No. Ich lebe noch. Nein, ich hätte das Beste, nicht ein können. Nooo, Alter, das ist doch noch echt close. Wir haben uns so gut zurückgekämpft. Aber ich komme tatsächlich besser mit Simon klar als vorher. Die Sache ist die. Ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, also spiele ich als Simon, was? Und setze einen Ultrasign. Lol. Crazy. Ähm, ich habe mich in Ultimate, muss ich sagen, schon sehr verbessert. Mir sind viele Dinge aufgefallen. Ich habe mir sehr viele Guides und so weiter angeschaut. Wodurch ich glaube, dass ich auf jeden Fall besser geworden bin. Ähm, im Vergleich zum Beispiel. Ich bin immer noch nicht so gut, ne? Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Aber, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich besser geworden bin. Und da, ähm, hilft mir das natürlich sehr. Im Allgemeinen. Zack. Zack. Oh, Helfer-Trophäe. Ist meine Helfer-Trophäe gerade in den Absprung, Abgrund gesprungen. Wow. Nice, so Helfer-Trophäe auf jeden Fall. Okay, nice. Aber, dingst, also Simon fühlt sich schon echt stark an, muss man sagen. Ups. Okay. Nice. Oh, lol. Okay. Ah, lol. Stirbt der? Nein. Ach, das wäre so lustig gewesen. Alter, der Smash ist aber auch krass, ne? Okay, er hat jetzt Nala nicht mehr. Hallo. Und zum Beispiel. Ich hätte ihn nicht einsetzen. Oh, lol. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn nicht einsetzen müssen. Aber, ja, mein, ich habe ihn eh nicht mal getroffen. Ja, genau. Gönn dir doch mal den Pausch. Oh, ich bin tot, oder? Nee, doch nicht. Und der Bumerang ist immer nicht schlecht. Wow. Er hätte es dann einfach fallen. Oh, ich will die Uhr haben. Jetzt fallen wir ein bisschen schneller. Danke. Oh, die Dings ist, der Dings ist tatsächlich krass. Oh, jetzt hat er das. Ja, ich bin eh tot. Alter, wie weit ich weggeschlagen wurde. What the fuck? Wo war ich, bitte? Das ganze Vorsprung, den ich hatte, jetzt wieder die Knight. Oh, ich hätte gerne den Pokéball. Nice. Okay, da Tiri. Kann was. Zack, 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 zack. Oh, das Curry wäre tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Okay, ja, das. Ha, der Bumerang. Okay, nice. Wir haben Nala getötet. Helfer-Trophäe und zwei. Okay. Und er kriegt natürlich Tapu Koko. Das ist ja so klar, dass er jetzt irgendwas Krasses bekommt. Kapu Riki, Alter. Oh, das ist noch ein Helfer-Trophäe. Nice, das wird sich noch gegönnt. Alle Bumbe-Man! Nice. Oh, er ist tot, okay. All right, das sieht ganz gut aus. Was habe ich hier in der Hand? Oh, achlo. Ah, okay, das war ein Baseball. Alter, ich wollte gerade sagen, sein Schild hält aber nicht mehr lange. Okay, Nala ist schon mal tot. Das ist ja die Kack-Bien. Nein, oh, warum war ich in der Fall? Oh, nein, nicht Abra. Ah, Simon hat so eine schlechte Recovery. Verpiss dich. Oh, nice. Ah, nein. Ich wollte nicht in die andere Richtung rollen. Aber ist okay. Ist okay. Ups, falsche Richtung. Helfer-Trophäe. Wird sich gegönnt. Ach man, aber diese Dinger irritieren nur mich. Das interessieren auch die Computer nicht, ob da irgendwas... Oh, den will ich haben. Oh Gott, Alter, wenn der den gehabt hätte, ne? What the fuck? So. Holy shit. Ja, das war not bad. Er gefällt mir tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen, mittlerweile Simon. Er ist ja auch sehr, sehr stark, muss man sagen. Der ist... Darf man nicht unterschätzen. Der ist in der Zielliste auch sehr, sehr hoch. Ja, machen wir weiter. Es lief ganz gut. Es hat mir gefallen. War ein gutes Match. So, wir gehen jetzt nochmal eine Runde zu zahlen. Und ich weiß nicht, ob ich Richter nochmal als Extra-Video machen möchte. Ähm, weil... Der ist ja nochmal minimal anders. Halt mini, mini mal. Aber ja, mal gucken. Erstmal kümmern wir uns noch an die anderen neun. Lol. What the fuck? Hattest du mich da erwischt? Nein, in falsche Richtung. Immer wenn ich die so P-Items bekomme, setze ich die richtig dumm ein. Fuck. Nice. Ah, der ist ja tot. Der ist tot, oder? Boah, ich dachte schon. Das wäre es jetzt gewesen. Ah, nice. Oh, sweet. Fuck. Ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Oh, jetzt hat er auch noch einen Smashball. No. Okay, nice. Puh. Hat sich gelohnt. Okay. Jetzt muss ich ihn hier halten. Okay, nee. Der kommt nicht. Hi, lol. Boah, ich dachte schon, er hätte sich selbst getötet. Nein, gib mir die Falle. Habe ich sie kaputt gemacht? Oh, nee. Wieso spornt der Kack-Pokéball auch direkt neben dem, Alter? Meister Ball. Oh, Giratina. Los, Giratina. Gönn dir. Irgendwie war das nicht so gut. Ah, okay. Habe nichts zu sagen. War gut, Giratina. Okay, nice. Ah, der Simon fühlt sich tatsächlich... Oh, 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 oh. Nice. Mal ordentlich Prozente for free bekommen. Okay. Simon fühlt sich mittlerweile echt gut an. Ich weiß nicht, was ich am Anfang hatte. Aber jetzt mittlerweile... Du bist auf jeden Fall fit. Oh, nice. Zero. Ich glaube, er ist tot, oder? Ja. Easy. Gut, Leute. Ich habe es euch gefallen, wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne in den Positiven habt. Und das war echt relativ easy. Also, wir hatten ein bisschen Lack, zuständig auch mit Item-Süze, muss man sagen. Aber... Leute, what the fuck? Ja, das ist ein schönes Liga-Bild. Leute, damit würde ich sagen, band mir das Ganze. Ansonsten würde ich sagen, sieh uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.